Okay, dann machen wir mal ganz kurz und schmerzlos die, wir hatten neulich schon über diese Steckdosen von AVM gesprochen, die lassen sich schalten. Es gibt auch entsprechende DECT-Thermostate für den Heizkörper, die sind nicht von AVM, funktionieren aber damit. Und es gibt eine App, die heißt Fritsch, Fritsch, F-R-I-T-C-H, so wie Switch und Fritsch und die macht das auf dem iOS, auf dem Apple TV und auf der Watch. Das heißt... Auf dem Apple TV? Auf dem Apple TV. Okay. Naja gut, ich meine, du kannst dich hinsetzen und dann das Licht mit dem Fernseher ausmachen. Ja, ja, okay. Leo, vielleicht ne Idee? Mitsamt des Fernsehers ausmachen. Wenn die Steckdose dahinter steckt, ja. Und du kannst halt Gruppen machen, du kannst, wenn du diese DECT-Thermostate hast, kannst du das machen. Du hast bei den Steckdosen ja auch den Temperatursensor eingebaut, der wird auch ausgelesen und angezeigt und das funktioniert so, wie man sich das vorstellt. Das Einzige, was er wohl nicht hat, ist die, wie heißt das denn, Today-Widget-Geschichte. Das würde irgendwie sich auch noch anbieten, dass du eben die Steckdosen und die Heizungsdinge aus dem Today-Widget starten könntest und aufrufen könntest. Aber das ist zumindest mal eine Lösung, die wirklich nur so One-Trick-Pony, du klickst es an, die Steckdose geht an oder aus oder du drehst halt an dem jeweiligen Thermostat. Da kannst du hier solche Temperaturen einfach ein- und ausstellen. Das wäre übrigens auch eine Inspiration für ELV. Weißt du, so eine App, die hat so bunte Quadrate und du kannst die Temperatur für die Thermostate einstellen. Wäre relativ abgefahren, aber auf die Idee sind sie noch nicht gekommen für die ELV-Thermostate. Vielleicht im nächsten Winter. Ich bin auch gespannt, ob wieder irgendwann auch im Oktober ihnen die Server um die Ohren fliegen, weil der Kälte konnte ja keiner rechnen. Ja, gut. Auf jeden Fall, Fritsch kostet irgendwie ein paar Peseten und ist auf der Watch eben auch, siehst du, kannst du da die Liste mit deinen drei, vier Geräten durchscrollen und anklicken und dann geht das Licht an oder aus. Oder irgendwelche anderen Sachen, die du dort dranhängst. Aquarium einschalten geht auch, wenn du Aquarium hast. Das ist praktisch. Also, das ist zumindest eine sehr, sehr simple, sehr schöne, also nicht sehr schön, aber halt nicht furchtbare App, ja, was... Ja, ja. Eine funktionale App, man. Sie ist so funktioniert, sie hat, sie muss nicht durch die Web-Oberfläche von der Fritzbox und solchen Sachen, das geht natürlich auch, aber da ist eine Stelle, da ist eine Web-App einfach Quatsch. Und da ist halt eine native App ganz nett und da kann man sich mal Fritsch anschauen, wenn man so eine Steckdose an seiner Fritzbox hat.